Liebe Kolleginnen und Kollegen, für den DVT-Fachkundekurs möchte ich Ihnen nun kurz erklären, wie Sie den Download der Kursdateien ausführen, damit Sie die Kursdateien für den Fachkundekurs, für den Spezialkurs in den weitergehenden Röntgentechniken also und für die Sachkundehausaufgaben, die 25 DVTs innerhalb von drei Monaten dann auch auf Ihrer Festplatte liegen haben. Sie haben mit Ihrer E-Mail für den Kurs, mit Ihrer Kursbestätigung also einen Link gekriegt, einen Google-Link, mit dem Sie, wenn Sie da draufklicken, dann in diesem Ordner hier landen werden. Sie sehen hier den Ordner für das Kombipaket dentalvolumen.de. Das ist also die Kombination aus dem Spezialkurs zusammen mit dem dreimonatigen Sachkundekurs. Und ich würde Sie bitten, zunächst einmal hier auf den ersten Ordner zu klicken, Kursmaterial. Da haben Sie die Unterlagen für den Kurs in Form von PDFs später vorliegen. Sie klicken einfach in diesem Ordner Kursmaterial hier kurz auf den kleinen Download-Button hier oben links in diesem Symbol und dann wird dieser Ordner Kursmaterial heruntergeladen und auf Ihre Festplatte gelegt, und zwar an die Stelle, die Sie über Ihr Windows-Betriebssystem dann entsprechend vorgegeben haben. Wenn Sie nicht Windows benutzen, können Sie natürlich auch hier hereingehen und sich die entsprechenden Software-Varianten herunterladen. Sie werden dann an der Stelle auch hier im Ordner Software eine Variante finden für das Benutzen von macOS. Also für unsere Apple-User ist da auch gesorgt. Sie gehen einfach hier in den zweiten Ordner und laden das Software-Paket herunter, entpacken das Binde unter macOS, genau wie unter Windows, und dann haben Sie die Software-Varianten sowohl für die Windows-Version auf der Festplatte liegen, als auch für die mac-Version. Für mac-User ist es so, dass Sie die Magellan-Software für den Kurs benutzen müssen, weil die Carestream-Software für den Kurs selber nicht unter macOS läuft. Die Windows-User dürfen wählen, ob Sie die Carestream-Software wählen oder aber die Magellan-Software. Diese beiden Ordner 1 und 2 müssen Sie auf jeden Fall komplett herunterladen. Das ist ein komplettes Paket. Dazu bitte noch hier herunterladen die PDFs, die hier liegen. Das ist einmal das Kursskript und hier die Beispiel-Befundblätter, die Sie mir zusenden müssen, wenn Sie Ihre Befunde ausfüllen. Und dann haben wir hier die Ordner für die Hausaufgaben. Das ist einmal der allgemeine Ordner für die Hausaufgaben. Da finden Sie dann die Hausaufgaben aus dem Grundkurs. Das heißt aus dem Kurs für allgemeine Zahnmedizin. Die DVTs Nummer 1 bis 25 sind dann hier gelistet und die können Sie dann individuell herunterladen. Wenn Sie Zeit und Lust haben und zusätzlich noch etwas machen wollen oder aber wenn Sie 10 von den 25 DVTs mit dem Schwerpunkt Endodontie machen möchten oder aber mit dem Schwerpunkt Implantologie, dann gehen Sie bitte in die nächsten beiden Ordner hinein und laden sich dort Ihre individuellen DVTs herunter. Hausaufgaben-Endo und Hausaufgaben-Implantologie heißen diese beiden Ordner. Bitte gehen Sie jeweils in die Ordner hinein. Gehen Sie in einen Unterordner hier in den Fall Basics 10. Meinetwegen schauen Sie sich zunächst einmal an, was in dem Ordner alles drin liegt. Das ist einmal hier der klinische Befund, der wird schriftlich beschrieben und einmal die OPG-Aufnahme und dann springen Sie in den Ordner für die DVT, der entsprechend ausgewiesen ist und laden das Paket der DVT herunter. Entschuldigung. Diese sogenannten ZIP-Dateien, die Sie jetzt hier dauernd gesehen haben, werden Sie später auf Ihrer Festplatte noch auspacken müssen. Das ist je nach Installation oder Setup Ihres Rechners dann verschieden. Bitte, ich empfehle Ihnen, das Programm 7-ZIP zu benutzen. Für dieses Programm haben Sie auch einen Hinweis auf meiner Seite dentaltutorial.de, wie Sie das letztendlich dann einsetzen. Die Sachen hier also alle runterladen. Nochmal zusammengefasst, Kursordner 1 und 2 ist Pflicht. Und dann suchen Sie sich, wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen, immer individuell hier Ihre Hausaufgaben heraus und nehmen die einzelnen DVTs dann auf die Festplatte. Die auf einmal herunterzuladen ist viel zu umständlich. Die Dateien werden viel zu groß. Es würde zu lange dauern. Und dann würde unter Umständen Ihre Verbindung je nach Bandbreite Ihrer Internetanschlusssituation dann zusammenbrechen.